Das ist unsere Ameisefamilie. Sie können ganz viel tragen. Hallo Ameise, was hast du mitgebracht? Ich habe für euch ganz viel Freude. Wow, ich bin ganz gespannt. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Freunde, Freude für alle! Am 1. Advent, wenn die 1. Kerze brennt, beginnt für uns die Zeit, auf die sich jeder freut. Wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnachtszeit. Am 2. Advent, wenn die 2. Kerze brennt, sind wir mittendrin, es ist nicht mehr lange her. Wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnachtszeit. Am 3. Advent, wenn die 3. Kerze brennt, ist die Freude groß, denn das Fest, das geht bei Lob. Wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnachtszeit. Am 4. Advent, wenn die 4. Kerze brennt, steht das Christkind vor der Tür und es freuen sich alle hier. Wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnachtszeit. Oh, wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnacht, wunderschöne Weihnachtszeit. Untertitelung des ZDF, 2020